Die Blockchain ist eigentlich heute das, was das Internet um 1994 war. Wenn man sich vorstellt, dass das World Wide Web durch World Wide Ledger ersetzt wird. Im Grunde ist es eine Art von Accounting, eine digitale Plattform, die Transaktionen validiert und speichert. Sind diese Transaktionen in diesen Blöcken gespeichert, sind diese unveränderbar. Das schafft natürlich Vertrauen, Sicherheit und schnelle Transaktionen. Die Blockchain kann man sich eigentlich einfach so vorstellen, indem ich eine Kette von verschiedenen Blöcken habe. Eben die Blockchain, die Blockkette. Diese in Blöcke enthalten Transaktionsinformationen, die jeweils mit dem anderen Block über sogenannte Hashes verbunden sind. Diese Informationen innerhalb dieser Blöcke können nicht verändert werden und können halt eben durch die Timestamps, also das sind die zeitlichen Erfassungen oder andere transaktionsrelevante Informationen, festgehalten werden. Das kann ich mir so vorstellen wie ein abgeschlossenes, wie ein abgeschlossener Tresor. Diese Daten können niemals verändert werden und somit habe ich über einen langen Zeitraum einen Nachweis, dass gewisse Transaktionen halt eben echt sind. Und durch diese Blöcke schaffe ich es halt eben, sogenannte Intermediäre halt eben zu umgehen und ein neues Level des Vertrauens eben zu schaffen zwischen Handelspartnern. Das möchte ich gerne an einem einfachen Beispiel verdeutlichen, um die Vorteile noch einmal eben in dieser Funktionsweise darzustellen. Beispielsweise, ich möchte jetzt eine Immobilie kaufen von einem Bauunternehmen und halt eben sicherstellen, dass alle Daten, die über das Grundstück, über das Gebäude verfügbar sind, eben auch der Echtheit entsprechen. Hier kann ich halt eben sehen, dass die einzelnen Blöcke aufeinander aufbauen. Das heißt, man sieht eben die Transaktion zwischen Bauunternehmen und Besitzer 1. Ja, beispielsweise, wenn der Besitzer 1 eben auch noch Veränderungen an der Immobilie macht, sind diese ebenfalls in diese Blöcke eingespeichert und unveränderbar in diesen Blöcken auch gespeichert. Über die Hash beispielsweise stellt man auch eben die Verknüpfung der einzelnen Blöcke sicher. Dies geht dann so weiter in der Historie, beispielsweise ich habe einen Versicherungsschaden, ein Brandfall. Dieser wird ebenfalls unveränderbar in die Blöcke gespeichert. Das heißt, Käufer 3, 4, 5 wissen absolut über den Zustand und über die Historie dieser Immobilie Bescheid und können somit sicherstellen, dass sie keinen Betrugsfall oder auch beispielsweise einen fairen Kaufpreis bezahlt haben. Die Blockchain hat in vielen Use Cases ein enormes Potenzial, um Geschäftsmodelle komplett neu zu definieren, um auch Marktverhältnisse auch neu zu definieren. Eines der Riesenvorteile ist eben, dass ich Peer-to-Peer-Transaktionen durchführen kann. Das heißt, kostspielige und vertrauensvolle Intermediäre können eben durch die Blockchain ersetzt werden beziehungsweise optimiert werden. Des Weiteren ermöglicht es beispielsweise, dass ich über meinen Wallet ein Bürgerkonto oder auch ein Stromkonto an die Blockchain anbinden kann und halt eben als Prosumer, also im Bereich PV, halt eben Strom handeln kann und Strom auch beziehen kann. Des Weiteren beispielsweise im Vertragsrecht, dass ich eben schnell Verträge abschließen kann, diese auch transparent abschließen kann und diese dann auch eben für alle zugänglich oder diejenigen, die dafür in Frage kommen und das einsehen können und wollen, halt dafür auch den Freiraum zu bieten. Ein Smart Contract entsteht dann, wenn bestimmte Bedingungen eintreten. Das heißt, jemand hat vorher ein Angebot definiert, in dem er beispielsweise ein bestimmtes Gut verkaufen, veräußern möchte und eben auf der anderen Seite der Nachfrage eine bestimmte Nachfrage definiert hat. Beispiel, er möchte die und die Kilowattstunde zu bestimmten Konditionen einkaufen. Über den automatisierten Blockchain-Prozess finden sich Angebot und Nachfrager, und bilden dann den Smart Contract. Dieses läuft völlig automatisiert ab und sowohl, beide können davon sicher ausgehen, dass diese Transaktion auch korrekt durchgeführt wird, soll heißen, einer bekommt die Ware, der andere bekommt sein Geld. Die Blockchain definiert die Marktrollen völlig neu. Im Energieumfeld heißt dies genau, dass durch die Dezentralisierung in der Energiewirtschaft, die wir aktuell erleben, halt eben dahin zu führt, dass Peer-to-Peer, also Ende-zu-Ende Transaktionen von Strom durchgeführt werden sollen. Dies ermöglicht neben den großen Versorgern natürlich auch den einzelnen kleinen Haushalt mit seiner PV-Photovoltaikanlage, halt am Energiehandel teilzunehmen und eben nicht mehr nur seinen Strom an den Regionalversorger abzuverkaufen, sondern auch eben, dass ganz deutschlandweit handeln kann. Dies ermöglicht ihm natürlich eine höhere Amortisation seiner Photovoltaikanlage. Er kann höhere Erträge erzielen. Andererseits sind eben Energieversorger nicht mehr auf die Handelsplattformen und Handelsbörsen angewiesen, sondern können auch ihren Strom direkt vertreiben und das Ganze auch deutschlandweit. Um in das Thema Blockchain einzusteigen, sollte man sich im Klaren sein, welche Visionen man verfolgen möchte und vor allen Dingen, welches Geschäftsmodell man verändern möchte und da erstmal ins Unternehmen hineinschauen, welche Prozesse könnte beispielsweise durch eine Blockchain abgelöst werden oder optimiert werden. Wichtig ist, dass man, weil es bei der Blockchain relativ schnell auch ans Coden kommt, sich schnell auch Know-how ins Haus holt in Form von Codern, in Form von Softwareberatern, die ihnen dabei helfen können, den optimalen Use Case zu ermitteln. Des Weiteren ist es extrem wichtig, sich in der Community zu vernetzen, das heißt, Meetups zu besuchen, in Blockchain-Foren unterwegs zu sein, auf Messen und Konferenzen unterwegs zu sein, um sich dort mit der Community zu vernetzen. Weil am Ende des Tages profitieren alle von einer gemeinsamen Lernkurve in der neuen Thematik der Blockchain. Des Weiteren sollte man auch schnell mit eigenen Business-Modellen einfach mal ausprobieren, um eben in seinem Business festzustellen, welche Probleme habe ich mit Smart Contracts oder auch mit einzelnen Blöcken. Dies finde ich nur heraus, indem ich wirklich ins Doing komme. Die Bitkom Akademie bietet zusammen mit der BDC AG die Möglichkeit, das Thema Blockchain und Smart Contracts wesentlich zu vertiefen und stellt dafür auch Online-Seminare bereit. Die Bitkom Akademie